Also wir sind Familie Eisele und kommen aus Städter im Remstal. Wir sind hier in Essling auf dem Wochenmarkt und haben hauptsächlich eigene Produkte. Alles was wir im eigenen Anbau haben, ist Bioanbau. Also wir haben Äpfel, Birnen hauptsächlich, dann aber auch Tomaten, Kürbisse, Beerasortiment, Kartoffeln, sowas. Auch eigene Weine, die im Bioanbau sind. Und dann verkaufen wir zusätzlich noch Produkte aus der Region. Auch jetzt Tomaten, Beeren, die wir eben nicht im eigenen Anbau haben. Ja, das wäre so das Wichtigste, denke ich. Ja, das ist ein Wichtigste. Untertitelung des ZDF, 2020